Torch TV Einführung und Navigation Willkommen! Die Kronos Music Workstation ist ein extrem leistungsfähiges Musikinstrument für Live-Musiker, Studio-Sessions, computerbasierte Studios und Sound-Designer. In diesem Video werden die wichtigsten Funktionen Ihres Kronos vorgestellt. Das Funktionsangebot ist so immens, dass wir Ihnen unmöglich alles zeigen können. Bitte lesen Sie sich dazu auch die PDF-Dokumente auf der Accessory Disc 2 durch, die mit Ihrem Kronos geliefert wird. Am besten arbeiten Sie dieses Video beim ersten Mal komplett durch, aber machen Sie ab und zu eine Pause, falls notwendig. Später können Sie sich dann auf bestimmte Themen beschränken. Okay, schalten Sie Ihren Kronos zunächst mit dem rückseitigen Power-Taster aus. Schalten Sie ihn aber nicht sofort wieder ein. Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das Instrument wieder einschalten. So, jetzt dürfen Sie. Drücken Sie den Power-Taster. Damit ist sichergestellt, dass wir uns von Anfang an an derselben Ausgangsposition befinden. Während das System hochgefahren wird, können wir uns kurz das Bedienfeld des Kronos von links nach rechts anschauen. Hier sehen Sie die Spielhilfen, mit denen man die Sounds in Echtzeit bearbeiten kann. Es gibt einen Ribbon-Controller, einen Joystick, die Taste 1 und 2 sowie einen Vektor-Joystick. Die Karma-Taster und der Drum-Track-Taster. Die Regler, Taster und Fader in diesem Bereich haben mehrere Funktionen. Sie können zum Beispiel als Mischpult und zum Editieren der Sounds verwendet werden. Der Value-Slider und die Up-Down-Taster links neben dem Display sowie das Datenrad rechts erlauben das Anwählen und Einstellen von Parameterwerten etc. Das 8 Zoll große Touch-View-Display ist die zentrale Schaltstelle des Kronos. Die Modus-Wahl-Taster, der Exit-Taster und der Compare-Taster für die Undo-Funktion. Mit dem Help-Taster rufen Sie die englische Onboard-Bedienungsanleitung auf. Mit diesen Tastern wählen Sie direkt die gewünschte Programm- oder Combination-Bank. Das Zehner-Tastenfeld. Die Transportfunktionen des Sequenzers, Tap-Tempo, der Temporegler und schließlich die Sampling-Taster. Auf der Rückseite finden Sie die üblichen Pedal- und MIDI-Buchsen sowie die Audio-Ausgänge. Außerdem gibt es USB-A- und B-Ports, einen digitalen SPDIF-Ein- und Ausgang sowie zwei Audio-Eingänge für Sampling- und Aufnahmezwecke. Kronos kann MIDI-Daten per USB zu Ihrem Computer übertragen und von dort empfangen. Laden Sie sich also den kostenlosen Kronos Editor herunter, um Ihre Sounds auf dem Rechner verwalten zu können. Mit dem ebenfalls kostenlosen Plug-in-Editor kann Kronos wie ein herkömmliches Audio-Plug-in von Ihrer DAW angesprochen werden. Außerdem enthält Kronos eine USB-Audio-Schnittstelle, die zwei Audio-Kanäle senden und empfangen kann. Wenn Sie den Kronos an Ihren Computer anschließen, benötigen Sie keine weitere Hardware mehr. Alles ist nämlich bereits vorhanden. Hinweise zur Bedienung der Software finden Sie in der beiliegenden Dokumentation. Kronos bietet sieben Modi. Setlist, Combination, Program, Sequencer, Sampling, Global oder Disk. Diese wollen wir uns der Reihe nach anschauen. Drücken Sie aber zunächst Global, um in den Global-Modus zu wechseln. Bei der Bedienung spielt das Touch-View-Display eine zentrale Rolle. Nach dem Auspacken und falls sich der Kronos plötzlich unerwartet verhält, sollten Sie das Display kalibrieren. In der rechten oberen Ecke befindet sich ein Menü mit wichtigen Funktionen, wie zum Beispiel Speicherbefehle etc. Auf dieser Display-Seite des Global-Modus können Sie Touch-Panel Calibration wählen. Befolgen Sie alle angezeigten Hinweise. Drücken Sie die beiden Felder in der Mitte mit einem Fingernagel oder einem Stift und schließlich auf Done. Das Touch-View-Display ist logisch aufgebaut und erlaubt das Anwählen und Einstellen der angezeigten Parameter, indem man sie einfach antippt. Drücken Sie zum Beispiel Key-Transpose. Jetzt können Sie den Wert mit dem Fader, den Up-Down-Tastern, dem Datenrad oder dem Zehner-Tastenfeld ändern. Stellen Sie ihn wieder auf 0, indem Sie Zifferntaster 0 und anschließend Enter drücken. Hier und da werden Optionsfelder für die Auswahl aus mehreren Möglichkeiten sowie Checkboxes angezeigt. Wenn neben einem Parameter ein Menü angezeigt wird, kann man die Einstellung über eine Liste wählen. Drücken Sie hier jedoch eine Stelle außerhalb der Liste, damit sie wieder verschwindet. Alternativ können Sie den Exit-Taster drücken. Am unteren Displayrand werden Tabs angezeigt, über die man andere Seiten erreicht. Auch dort gibt es eventuell weitere Tabs. Drücken Sie den Exit-Taster, um zur Hauptseite zurückzukehren. Das Display werden wir im weiteren Verlauf noch oft verwenden. Mit diesen fünf Control-Assign-Tastern wählen Sie die Funktion der Taster, Fader und Regler. Mischpult, der Timbre und MIDI-Track-Mixer, Audio-Input und Track-Mixer, External-Control, Real-Time-Potis, Karma und Tone-Adjust. Dirk-Torest TV Dirk-Torest TV Dirk-Torest TV 3, 2, 1 Untertitelung des ZDF für funk, 2017